Basketball, Basketball, bei der Telekom, alle Spiele in HD, live und on demand, hey! Johannes Richter, krachender Dunking. Ja genau, also wir haben sehr viel gemacht über die Weihnachtstage, wie man sich vorstellen kann. Ja, wir haben heute gezeigt, dass wir uns auf die Bälle schmeißen und dass wir gekämpft haben bis zum Ende. Wir haben es vielleicht in Bayreuth nicht gemacht und dann das Spiel dort verloren haben. So einfach ist es, wenn man so einen kleinen Hebel dreht, dann läuft es wieder.